Wir haben noch eine Überraschung. Was hast du denn mitgebracht? Außer dich. Was hast du denn? Mehr brauche ich nicht. Was hast du denn? Musik mitgebracht. Willst du uns überraschen? Ja schön. Hallo Marc. Hallo. Marc Kohls ist ein, du willst ihn anmoderieren, ne? Marc Kohls ist ein ganz wunderbarer Kollege aus dem Opernchor. Und ich fand es einfach mal ganz schön, dass Marc mal hier uns ein Liedchen singt. Und er ist so nett, er macht das auch. Oh, your daddy's rich, and your mom, she's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of the mornings, you're gonna rise up singing. And you'll spread your wings and take the sky. But till that morning, there's nothing to harm you. With mama and daddy standing by. Ah, schön Marc. Danke. Ah, da strömt so das Wohlige, dieses Bassfundament, so ich, dass ich ein Kontrabass spiele eigentlich. Ja. Wohletag. Danke, Wohlige, das ist auch gut. Dankeschön. Danke. Danke, Körичес kettlebeeren. Danke, Körn distanz. Danke. Danke.